so hier haben wir immer noch mal mutter russ hier auch ganz witzig das ding hier schöne dicke rohre hier fette sie im schuss hier haben wir leslie black wolf 16 schuss was aussieht wie zegelschein schon auch sehr 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 dann hier von wiko sechs raketen goldrausch wenn man hier mal vergleichs zu den anderen klinen raketen dann merkt man doch schon den kleinen unterschied wir müssen auch sehr sehr gut von perfekten seit mal um uns ganz ganz cool sein hier etwas kleinere packen eldorado mit roten löchtern gold filter und fettigen sirene effekten hatte ich zwar schon mal aber wenn wir ja sehen ja dann müssen wir schon mal alle guten ruhig feiert und haut auf jeden fall ausgestrahlen bis dann so 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 Untertitelung des ZDF, 2020